SWITCH BLAKE! WINS! WINS! Was ist denn lustig? Was ist das für ne kack Perspektive, Jubiläen? Irgendwie von lustig. Oha! Achso, ja guck mal, ist doch logisch. Feuerball. Wow, ist das logisch? Ja, weil Feuer sorgt dafür, dass wir mehr sehen können. Achso! Dann wird er mit den Rest nehmen. Wow. Ja, der hat jetzt am Licht gemacht. Warte, 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 warte. Ja. So. Den hätte ich jetzt auch noch probieren können und jetzt so weitergegangen. Mhm. Mal immer dieses Werfen, ey. Ich raste aus, ey. Und Bug, was geht? Schön, dass du da bist. Hallo, Bug! Oha! Ja, du kannst das? Oha! Nein. Ist es doch jetzt noch mal? Oh, ist sie gut? Nett. Aha. Ach so, hast du halt einfach nur den Raum beleuchtet. Toll, ich dachte auch, da gibt's irgendwas cooles mit dem Stempel oder so. Ah, okay, wir müssen einfach mal weiter drauf stehen. Jawoll, da ist der Stempel. Nein! Nein, verdammt, ich dachte, ich konnte einfach auf dich warten. Dann geh schon mal einfach da drauf. Ja. Ja, dann kann ich ja rüber halten, genau. Na, das ist doof mit der Kamera, ey. Nicht da. Ach so. Ja. Okay, perfekt. Ja, ich dachte, du gehst unten lang und nicht oben. Aber das mit der Kamera war ein bisschen dafür. Ja, dadurch wurde ich jetzt halt auch zweimal getroffen. Ich glaube, ich bin auch gerade klein. Ach so, aber warte, wir haben eigentlich genug Power-ups. Ja, genau, genau. Kann man hier irgendwas? Ne, ne. Doch, da oben. Ach so. Ja, oder so. Cool. Sehr gut. Oh, episch, ey. Nein. Nein. Okay, perfekt. Sehr gut. Easy.